Vielleicht müssen wir ein bisschen mehr über Lambos reden hier. Also, Lambo ist ja schon eine ganze 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 Karre, ne? Da kann man schon mal her, war schon ganz geil, ne? Ey, 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 Deko! Ey, nicht nochmal trollen hier, ja? Ich wurde jetzt schon einmal getrollt. Ich mach doch überhaupt nix. Ja, weil irgendwer chillt da schon wieder auf den Spot. Wie viel Kacke er in der Hose hat, ne? Ist unfassbar. Ja, Marvin hat halt einen sehr kleinen Schlumpf. Aus der Bestrafungsfolge, in Anführungszeichen, Bestrafungsfolge für Deko. Digga, kannst du mal deine Fresse halten, wenn ich hier rede? Oh, schön, ey. Ey, macht euch fertig, bitte, ey. Alles net verdient, Digga. Warum? Weil du mich gerade auf zwei Wollste wachst, Digga. Sieht so das aus, muchachos, und einen wunderschönen Hakuna meines Hadas. Schön, dass ihr wieder dabei seid, heute für eine grandiose Unterhaltung mit einem legendären tempester war auf russisch ein wunderschöner kohle aris und einen wunderschönen tag stellen dass du da seit was machen sachen hallo einen wunderschönen nirsch 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 das war russisch ich wünsche euch einen wunderschönen guten morgen gute mittag gute aber gute nacht gute dusch gute rauch gute besseren dienst guten appetit guten und niemand explodiert schwache leistung ich bin ich bin da noch mal gegen gefahren aber es ist passiert nix warum warum okay respawn okay ist da die auffahrt was muss man machen hier ach so hinter uns was sagt ihr denn was sagt ihren zum tempester ist eine geile karriere direkt gut los na es geht schon wieder los das kann doch wohl nicht wahr sein aber ich muss sagen wenn wir erfolgreiche youtuber hätten wir wahrscheinlich diese karriere in real life oder erfolgreicher youtube ist diese karriere in real life war das nicht ein climax der so einen fetten lambo hatte und hat auch ein standard skill aber bei montel ist ausnahme weil montel ist ja allgemein der krasseste in deutschland dass der so eine karre leisten kann ist klar aber bei anderen gaming youtuber weiß ich jetzt nicht genau welche auch noch so kranke karten hatten also das ist läuft auf jeden fall sehr sehr gut bei denen aber es ist so eine es hat sich irgendwie eingebürgert dass das so ein lambo versteht wie so eine typische youtube also wann bei uns waren aber bei uns deko wandel ambo bei uns alles waren aber dankeschön erstmal für den support ab und zu kommen ja immer digga ja hast du auch verkackt da oben ich hab noch nicht mehr warum alles alles gut wir bekommen ja wirklich sehr sehr viel support von so gut geht raus deko redet in einer folge über oled ja und schon gab es ein muchacho der einfach 60 euro drauf geschmissen hat so hier reko ich habe auch ein kauf dir ein vielleicht müssen wir ein bisschen mehr über lambos reden hier also ist ja schon gar nicht zweimal digga deko das erste mal bist du selber untergefallen ja und ich hab dir dadurch gesagt wo der fehler ist übertrieben krasser profi ich bin euch beide in stelle gegeben warum aber auch gleichmäßig verteilt ne ich habe alles nicht sagen ja ich bin auch also ich würde auch wenn dann wirklich aussuchen könnte würde ich sagen ich hätte gern nicht ein lambo freigabe für aris sie noch mal zu träumen auf gar keinen fall zumindest zusammenarbeiten müssen warum müssen wir zusammenarbeiten elektro audi wie heißt dieser dicke elektro audi dieser sportwagen ja ich will so mega futuristisch aussieht noch mal kannst du doch nicht irgendwie so eine karre wie elektrisch holen digga die musste musste hören ja ja machst du halt deinen lautsprecher an oder so kann ich muss den ich musste nicht hören ich muss nur die beschleunigung spüren das ist e-tron genau der audi e-tron hast du viel spüren würde ich mich jetzt schon da würde ich mich schon zufrieden geben zu kriegen guck mal was ich für eine bescheidene persönlichkeit bin endlich startet der war ein feindlich das schon wo sind wieder den gefangen her ist komisch gibt aber tempester wie fährt er sich er ist komplett schmutz oder ich habe gerade den club oben gemacht ja und verkackt weil du einfach schlecht was geflippt bin hat er so komisch schweigt also er hat sich er hat sich zu krass gedreht die eigene achse was muss man das ist mir bei anderen karten okay vielleicht könnte da eine koralle sein aber nur vielleicht ich bin einfach zu schlau für euch aber das ding ist alles hat nichts gesagt und wir wusste ja das was kommt dementsprechend ja nicht nicht noch mal trollen hier ja ich wurde jetzt schon einfach überhaupt nichts ja weil irgendwer chillt da schon wieder auf dem spot wie viel karte der hose hat ist unfassbar ein sehr kleinen schlong erst mal wollte ich auch noch über oder auch aus der beschreibung wenn ihr euren warte ich mache hier ein auto den audi e-tron aber mit lamborghini sounds ja ich mache jetzt für euch lamborghini sounds die könnt ihr aufnehmen und wenn dann irgendwann mal ein e-auto habt sei es jetzt ein audi e-tron oder ein cupra born oder sowas dann könnt ihr eure boxen anmachen und macht er verkauft das doch an audi und jetzt weiß ich warum du es nicht verkaufen kannst aber das war aber kein motor sondern das war doch elektrisch digger nein das war es war so richtig kränker es war fast mehr motor hat wahrscheinlich so ein rennmotor hat aber helden wo wo waren da die die karte also es hört sich schnell an darum geht es nicht mal wieder nicht warum ok also sind jetzt durch mit synchronisation und ja ich habe mich nur wieder ich habe mich wieder ein bisschen triggern lassen weil so viele leute den kommentaren schreiben ich will das auch hören ich will das auch wenn ich bin ich schon wieder zu weit zu wenig zu weit also vielen dank für den support ja aus der bestrafungs folge in anführungszeichen bestraft und ich wollte ein konstruktives gespräch führen ja dann macht doch macht auch die ende jetzt nicht mehr super konstruktiven also er ist nicht mehr zugehört was ich gesagt habe also nochmal für den support aus der in anführungszeichen bestrafungsfolge für deko ja kurs geht an dieser stelle raus ihr habt sehr gefeiert wie der mount chilead bezwungen worden ist mit dem rasenmäher war eine interessante folge ja mal wieder auf platz 1 kurs geht raus an dieser reise über zwei wozu muss man sagen zweimal bezogen ja also viel viel dank auf jeden fall für den support da hingehen wie kann denn bitte aris den scheiß hier schon geschafft haben ich finde das gar nicht das abzuteilen oder zu langsam schaffe ich nicht aber ja muss ja schon meine so der der 60 euro da in der oled folge auch das natürlich richtig krass dann so bei so einer gta folge quasi noch so ein extra 9 9 wir so was gewohnt und auch darauf angewiesen dass leute rein schmettern aber bei youtube ist immer noch was besonderes für mich abgehoben das mann ich das mann ja 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 das ist ja die der difference between twitch und youtube ja das stimmt schon which ist halt eine komplette charity veranstaltung aber deswegen wenn bei youtube dann was reinkommt obwohl das da eigentlich nicht nicht so das ding ist deshalb weil youtube auch besondere besondere ist und ich gebe dir besonders ich gebe dir den tipp wenn du es einmal bis hin geschafft hast war ganz nach hinten spiele den motor und war dann los ich war gerade zu langsam für den lachs ja alter schwede ich gebe dir den tipp weil ich egal ist hier den boss abendiger die eier ja wahrscheinlich mache ich das gleiche stoße dann oben an die kante von youtube ich habe so ohne müssen wir hier in war right wir hatten einen einzigen war und jetzt ist es schon wieder parkour steht aber ich feier es lange ist geil also ich habe mich auf jeden fall sehr über das feedback gefreut und es gibt auch einige mutacos die meinten dass ihr hosen inhalt sich braun verfärbt vor freude wenn deko als erstes im ziel kommt also da wird sich deko auf jeden fall wieder freuen ja da 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 machen wir vielleicht sogar eine eine spirale der braun verfärbungen weil wenn ihr euch den hosen halb braun färbt wenn ich als erstes ziel komme dann mache ich mir meine hosen halb braun aus freude darüber dass wir den hosen halb braun ja man muss mir zurück hier ist gar nicht so weit oder und willst du denn wie krass will er mir schon auf den sack gehen alter hat angefangen mit wollen nur so sagt gar nichts ja super dann hängen wir jetzt gleich zu dritten also gleich sofort ja dann sollte ich hier schnell verschwinden alles lässt du mich durch auf gar keinen fall hey warum nicht was machst du eigentlich immer noch hier ist das denn wieso ist da so ein scheiß sterben an dem weihnachtsbaum dran ich war jetzt hier nicht hier drin warten bringt auch gar nichts oder von einer extra runde und jetzt ich mache hier draußen aaaaaaah ey mann ey das ey Digga zu dritten wird das jetzt so ein Arsch Digga es wird so ein Arsch ich hatte es schon weißt du ey wo hattest du das denn ähm ähm hm das wohl überlegen ich fahr ganz unten ich fahr ganz unten dass ich auf die Rezeption reagiere scheiße sag das doch gar nicht erst wo bist du wo bist du dann fahr ich jetzt raus ne ja ja ich hab den boost nicht bekommen Digga no ey ah nein ey nein ey wollt ihr mich komplett flexen oder was was ist denn das für eine scheiße mit diesen weihnachtsbäumen hier ja first try bei mir nicht aber ja komm zieh dich doch drauf Tempesta geh doch ey wow wow wollt die Karre grad nicht wissen was sie scheiße ist Mann aber sie ist doch nur ich fahr unten halbscheiße was warum sind da warum sind da fucking Lampen in den Weihnachtsbaum geredet oh 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 okay Jungs stellt euch fest ich bin da scheiße ich hab hier gerade gewartet ey ich hab gerade auf Ares gewartet und jetzt ist Deko auch noch da hallo Deko er muss doch nur flippen muss das Problem ey wohin hallo ich fahr unten ich fahr unten wo muss ich denn hier rüber fahren ey ja warte hier okay warte 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 jetzt jetzt oh ja ey das erst wieder hat so ey juhuuu nein okay okay das sollten wir mal hinkriegen du hast den Fahrstuhl vergessen du Dreckso lieber Ares rück weg rück weg hm hau Ares noch weg ey hau ihn weg Digga nein machs nicht er hat verdient Digga er wollte mich warte warte ich muss rüber flippen lass mich rüber flippen er wollte mich gerade noch weg hau Digga okay ey macht euch fertig bitte ey Ares hat es verdient Digga warum weil du mich gerade noch träumen wollen nein ein großartiges spektakel wenn ihr mal bock habt da live dabei zu sein dann kommt ja jeden tag ab 10 uhr sind wir live mit der wochenende glaube ich haben zwei twitch channel auf dem einen stream auf dem anderen ich zwei damit wir gleichzeitig live stream können für die aufnahmen deswegen gibt es zwei stelle und es ist es ist wirklich immer ein genuss behauptet der freude wenn wir schon mal bei werbung sind ja jeden fall auch bei trieb vorbei willst du mich eigentlich weiter schafft man nicht mal ein fucking try das schafft gesagt also rücksicht ist vorbei mr harris ich fahre jetzt einfach und geben fick drauf du weiter bist du dann nicht mehr von dem salziger ab jetzt wird die folge einfach besser wer werden getrollt jetzt hier ja alles wichtiger ich habe extra auf ihn gewartet mit der weiterfahren wie die sich verbünden wollen sich eiskalten bett ein abend dieser lackschuh alter da weiß man gar nicht wer bei wem unter die bettdecke geht aber es wird auf jeden fall ziemlich versaut ist das schön hat sich die arschstehung gemacht eigentlich ich habe nachstellung gemacht ja bin mit der arschstehung aber zu langsam ich muss einfach immer raus ich liebe es einfach sobald sich aris und dekoration im moment ja für mich einfach unterhaltung pur digga ja es hat dich weißt du ja nächstes mal müssen wir mal auf armen und dann kriegt er wieder mir ins gesicht und beschwert sich wieder und sagt ja nächstes mal ich hab leider ein anderes bild vor augen gehabt diese south park folge wo die münder von einem am arsch des anderen fest genäht sind ich nicht dachte mir zumindest gar nichts kann ich wahrscheinlich schon aber ich habe schon lange kein kein south park mehr gesehen so haben wir doch er ist schon weiter kannst du auch human centipede ja das ist das doch human centipede das meine ich ist das nicht so ein film hört sich gerade an wie so ein porno bei sich leute gegenseitig am arsch herum ja das ist das was verarscht worden ist aber ich habe es auch egal jetzt muss nur noch einmal den flip zurück schaffen ist der gute arm ist schon deutlich ja ich habe immer nicht ja sollen wir deken tipp geben oder nicht auf gar kein fall über dem nachdem man mich wieder so angeranz hat ja ich muss sich gleich oder hauptsache ich warte hier rüber zu flippen damit ab ist ein scheiß das ist jetzt kommt ich war an hier machen weil sie das war ja so unverdienbar ist der unfassbar schon wieder zu weit genau so zu weit das erste mal alter so eine scheiße ist natürlich schade geko ich hätte mir mehr war gewünscht muss ich sagen es war kein bau war gar kein bau ja eigentlich hat marvin und spieler was versprochen und ich angehalten mal mal wieder muss man sagen wieder ist das eigentlich auch echt sehr schwachen letzter zeit mal er sagt immer hier irgendwie geiler war geile map oder sowas ist halt wirklich so nicht ganz nach unten gefahren wäre so wirst du falsch gewesen er hat alles nicht da verkackt ich habe verkackt ja also ich hätte den tipp also ich bin runtergefahren bis über das loch abgesehen wo die ausfahrt ist und bin dann rausgefahren ja sorry du model digger wir wussten ja nicht dass du model bist und victoria ich bin schlau ja gut ja hast du schon mal so eine so eine dame bei heidi klum irgendwelche pythagoras rätsel lösen sehen ich nicht ich habe er an der show aber ja vielleicht ist auch das konzept ich bin einfach zu gut ich habe ich gleich ich glaube nicht weil ihr gerade alles was war werden wir werden sehen wir werden sehen ganz fit an deinen eiern auf jeden fall also alles wie immer saß da pythagoras kann ich ist das nicht diese python diese schlange meine fresse was ist das denn hier hat alles ist eigentlich schon so langsam ist er im ziel die frage ist kann deko alles noch einholen die frage aber ich weiß ich weiß ich habe es noch kommt alles wie viel folgen kommt noch eine ganze menge also er kann es mal wieder sehen wie gut ich bin ja dass ich euch so abgerübt habe ich habe uns ja auch eine halbe stunde der weg gelachst laber nicht alter ich hast du mich weg gelachst ich habe mich aufgeregt ist mich auch weg gelachst du hast mich weg gelachst ich wäre fast weiter weg gewesen fürs treuen leben nicht die gewachsen minuten da ja genau halbe stunde oder hey wir sind erst 20 minuten jetzt hier dabei aber ja fast eine stunde ja daher halbe stunde ich muss dir leider sagen deko es schaut nicht sehr gut für dich aus lecken mir die füße aber vielleicht mit dem glücksgott des ziegenmanns oder so wird vielleicht noch was aber so ein brain und brain lag kriegen wieder ja solche talente habe ich stehe übrigens vom ziel also ich habe auf jeden fall bewiesen dass wenn ich zu viel milchprodukte esse dass ich richtig durchfall bekomme ich bin auch sehr froh dass meine frau videos nicht schaut genau wegen solchen momenten ja kann ich verstehen dass meine frau das sowieso mit außerdem einfach so die folge runterladen auf den usb-stick packen also sehr unterschiedlicher könnte nicht sein deine frau richterin oder so und wo es jetzt im internet was über durchfall also wichtige thema laktose intoleranz ich wollte ja ganz neben das leiden ja also ganz asien leidet darunter also eigentlich leute ganz leid die ganze welt darunter laktose zu vertragen ist das ist der ist der wir in europa haben das dem generation ist haben das in gewaßen weil wir die ganze zeit mit laktose groß werden was 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 passiert bei dir wenn du laktose ist ja hallo ich habe einfach zu lange keine maße zwischen gewaßen zwischendurch genommen das war mein problem ich hätte es weiter durchnehmen müssen wo bleibt jetzt die möfe sammer der ist gerade bei dem den parkour kam der braun ein bisschen aber der ist gleich noch ein zwei ein zwei minuten als zwei sekunden ob er ist gerade da wo man wo man so links rechts diese so langsam fahren muss weiß wo man ja so links ein reifen rechts ein reifen weißt du rechts ein reifen links ein reifen nach schade aber die map war nicht lieber ich habe mir wollte versprochen aber dafür dass es kein word war war sie okay wir drehen jetzt noch mal im rad ja ich bin noch mal ein schönes auto ja auch noch mal ein paar fp auf auf den kopf und dann bin ich glücklich mit dieser folge ok 30.000 auch nicht ganz so cool aber ist in ordnung ist in ordnung okay dann drehe ich jetzt mal am rad die würde ich nämlich auch nehmen und ich schon ist das eine brasilianische flagge übrigens holnische holnische ne belgien oder nicht ja okay kommen die für die geile karre oder kamen was hast du heimpreis 7500 damals gab es zumindest noch ein auto beim mystery gibt das ist schon das ist schon richtig dreißel aber muchachos daumen nach oben ballern nächstes mal gibt es mal wieder richtig geil in euer gesicht und habt noch einen wunderschönen tag wie findet ihr eigentlich immer das deke und aros sich so bekriegen ich feier es einfach